Ich habe hier mal wieder eine etwas schwierigere Landung heute hinlegen dürfen, weil wir leben hier total im Lee. Das heißt also, die Windböen, die hier über die Bäume kommen, die sorgen dafür, dass ich eigentlich hier gar keine Möglichkeit mehr habe zu klären. Und das wiederum bedeutet, dass man dann eine Kampflandung macht. Und das wiederum, das habe ich hier viele Jahre geübt, aus diesem Grunde, also wenn ich vom Recht meine Landungen nicht so ganz erwischt habe. Und deswegen ist es auch überhaupt kein Problem. Wir haben es gesehen, hier ist der Atem gestockt, als sie so für uns ins Trudeln kamen, aber das gehörte sicher nicht dazu. Also, wie gesagt, ich bin hier der Laie. Es sah toll aus, dein Applaus. So, hier, für den Mut mal.